Progressive Muskelentspannung mit 17 Übungen Zunächst werde ich Dich einstimmen, bevor es in die Übung geht, so dass Du schon einen gewissen Grad der Entspannung erreicht hast, bei Dir selbst angekommen und zentriert bist. Dann geht es los und ich werde Dich anleiten, mit Deiner Aufmerksamkeit in bestimmte Muskelgruppen zu gehen, diese anzuspannen und wieder loszulassen. Während der Übungen ist es nun wichtig, dass Du Deinen Atem gleichmäßig fließen lässt. So solltest Du in den Phasen der Anspannung darauf achten, nur so stark anzuspannen, dass der Atem gleichmäßig fließen kann und Du einen deutlichen Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung wahrnehmen kannst. Wie stark Du anspannen möchtest, ist ganz Dir überlassen. Manchmal reicht es nur ganz leicht anzuspannen und an manchen Tagen wirst Du vielleicht das Bedürfnis haben, stärker anzuspannen. Wenn Du in der Entspannungsphase in den einzelnen Muskelgruppen Wärme, schwere und ein leichtes Kribbeln wahrnimmst, dann ist dies ganz normal, denn die Anspannung wirkt durchblutungsfördernd, womit die genannten Gefühle einhergehen können, je nach Grad der Anspannung. Während Du Deine Achtsamkeit auf die genannten Muskelgruppen richtest und anspannst, so sollte der Rest Deines Körpers dann möglichst entspannt und unbeteiligt auf der Unterlage ruhen. Lege Dich nun auf den Rücken und mache es Dir ganz bequem. Deine Beine liegen hüftbreit auseinander und Du lässt die Füße locker zur Seite fallen. Deine Arme liegen leicht abgewinkelt seitlich neben Deinem Körper. Deine Handflächen sind nach oben geöffnet und Deine Handrücken liegen entspannt und locker auf der Unterlage. Schließe Deine Augen und lenke Deine Achtsamkeit auf Deinen Atemfluss. Spüre, wie mit dem Einatmen kühle Luft durch die Nase fließt und tief in den Bauch hinein strömt, sodass sich Deine Bauchdecke sanft nach außen wölbt. Fühle, wie sich mit dem Ausatmen Deine Bauchdecke sanft wieder senkt und warme Luft durch die Nase wieder hinaus strömt. Genieße das ruhige und gleichmäßige Fließen Deines Atems. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Deine Körperrückseite und nimm wahr, wie Dein Körper auf der Unterlage aufliegt. Gehe jetzt mit Deiner Aufmerksamkeit in Deinen Unterkiefer und entspanne ihn, sodass sich Deine Lippen ganz leicht öffnen. Spüre, wie sich ganz automatisch Deine Gesichtszüge zu entspannen beginnen und sich ein sanfter und gelöster Ausdruck auf Deinem Gesicht ausbreitet. Dein Körper liegt ganz entspannt, locker und unbeteiligt auf der Unterlage. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig ein und aus. Gehe nun mit Deiner Aufmerksamkeit in Deine rechte Hand und in Deinen rechten Unterarm. Balle jetzt Deine Hand zur Faust. Spanne so fest an, dass Du die Anspannung Deiner Muskulatur in Hand und Unterarm spüren kannst. Mit dem nächsten Ausatmen lässt Du wieder locker. Lass alle Anspannung und Energie aus Deiner Hand und Deinem Unterarm hinausfließen, sodass Dein Arm wieder ganz entspannt auf der Unterlage ruht. Nimm wahr, wie sich Deine Hand und der Unterarm im Vergleich zu vorher anfühlen. Dein Atem fließt weiterhin ruhig und gleichmäßig. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Deinen rechten Oberarm. Presse jetzt Deinen rechten Handrücken und Deinen rechten Unterarm gegen die Unterlage. Spüre die Anspannung in der Oberarmrückseite. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder ganz locker und entspanne. Spüre den Unterschied zu vorher. Dein Arm liegt nun schwer und entspannt auf der Unterlage. Entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Dein ganzer Körper liegt nun ganz entspannt und schwer auf der Unterlage. Dein Gesicht ist vollkommen entspannt und gelöst. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Gehe nun mit Deiner Aufmerksamkeit in Deine linke Hand und den linken Unterarm. Balle jetzt Deine Hand zur Faust. Spanne so fest an, dass Du die Anspannung Deiner Muskulatur in Hand und Unterarm spüren kannst. Mit dem nächsten Ausatmen lässt Du wieder locker. Lass alle Anspannung und Energie aus Deiner Hand und Deinem Unterarm hinaus fließen, sodass Dein Arm wieder ganz entspannt auf der Unterlage ruht. Nimm wahr, wie sich Deine Hand und der Unterarm im Vergleich zu vorher anfühlen. Dein Atem fließt weiterhin ruhig und gleichmäßig. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Deinen linken Oberarm. Presse jetzt Deinen linken Handrücken und Deinen linken Unterarm gegen die Unterlage. Spüre die Anspannung in der Oberarmrückseite. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder ganz locker und entspanne. Spüre den Unterschied zu vorher. Dein Arm liegt nun schwer und entspannt auf der Unterlage. Entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Dein ganzer Körper liegt nun ganz entspannt und schwer auf der Unterlage. Dein Gesicht ist vollkommen entspannt und gelöst. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Lenke Deine Achtsamkeit nun in beide Arme und fühle den entspannten Zustand Deiner Finger, Hände, Unterarme und Oberarme und gehe noch tiefer in die Entspannung hinein. Deine Arme liegen locker, entspannt und schwer auf der Unterlage. Spüre Deinen ganzen Körper, wie er entspannt und schwer auf der Unterlage liegt. Dein Gesicht ist gelöst und entspannt, Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Senke mit jedem Ausatmen noch tiefer in die Entspannung. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Dein Gesicht. Ziehe jetzt Deine Augenbrauen hoch und lege Deine Stirn in Falten. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder los und entspanne. Spüre ganz genau den Unterschied zu vorher. Ziehe nun die Augenbrauen zusammen. Mit dem nächsten Ausatmen lässt Du wieder los. Fühle den Unterschied zu vorher. Deine Stirn fühlt sich entspannt, gelöst und glatt an. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Deine obere Wangenpartie, Deine Nase und Deine Augen. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Deine obere Wangenpartie, Deine Nase und Deine Augen. Lenke nun Deine fest zusammen und rümpfe Deine Nase. Mit dem nächsten Ausatmen entspannst Du wieder und lässt ganz los. Deine Augenlider ruhen entspannt und schwer auf den Augen. Deine obere Wangenpartie ist ganz locker. Fühle den Unterschied zu vorher und gehe mit jedem Ausatmen noch tiefer in die Entspannung. Gehe nun mit Deiner Aufmerksamkeit in Deine untere Wangenpartie und Deinen Kiefer. Fühle jetzt die Zähne zusammen ohne zu verspannen und ziehe die Mundwinkel nach außen. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder los und entspanne. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder ganz los und entspanne Deinen Mund und lass den Kiefer ganz locker. Deine gesamte Mund- und Wangenpartie fühlt sich nun vollkommen entspannt an. Dein ganzer Körper liegt entspannt und schwer auf der Unterlage. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig ein und aus. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Deinen Nacken. Presse jetzt Deinen Hinterkopf leicht in die Unterlage. Spüre die leichte Anspannung im Nacken. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder los und entspanne. Spüre den Unterschied zu vorher und entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Lenke nun Deine Achtsamkeit auf Deine Schultern, Deine obere Rückenpartie und Deine Brust. Führe jetzt Deine Schulterblätter etwas nach hinten zusammen, sodass sich Deine Brust leicht hebt. Spüre die Anspannung. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder ganz los und entspanne. Lass alle noch verbliebene Spannung und Energie hinausfließen. Spüre den Unterschied zu vorher und entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Richte nun Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Bauch. Spanne jetzt Deine Bauchmuskulatur so an, als müsstest Du einen leichten Schlag abwehren. Spüre deutlich die Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lässt Du wieder ganz locker und entspannst Deinen Bauch. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Dein Bauch fühlt sich an wie ein weicher Ballon. Spüre den Unterschied zu vorher und lass die Entspannung mit jedem Ausatmen noch tiefer werden. Gehe nun mit Deiner Aufmerksamkeit in Dein Gesäß und Deinen Beckenboden. Spanne jetzt Deinen Beckenboden so an, als müsstest Du beim Wasserlassen anhalten und ziehe die Pobacken zusammen, sodass sich Dein Becken leicht hebt. Mit dem nächsten Ausatmen lässt Du wieder locker. Entspanne Gesäß und Beckenboden und nimm den Unterschied zu vorher wahr. Entspanne mit jedem Ausatmen immer tiefer. Nun gehe mit Deiner Aufmerksamkeit in Dein rechtes Bein. Lenke Deine Achtsamkeit auf Deinen Oberschenkel. Drücke jetzt die Kniekehle in die Unterlage, sodass Du die Anspannung Deiner Oberschenkelmuskulatur spüren kannst. Mit dem nächsten Ausatmen lässt Du vollständig wieder los und entspannst Deinen Oberschenkel. Lass alle Anspannung und Energie aus Deinem Oberschenkel hinausfließen. Nimm den Unterschied zu vorher wahr und entspanne mit jedem Ausatmen immer tiefer. Lenke Deine Achtsamkeit nun auf Deinen rechten Unterschenkel und Deinen rechten Fuß. Während Deine Ferse am Boden bleibt, ziehst Du jetzt Deine Zehenspitzen etwas zu Dir heran, ohne zu verkrampfen. Spüre deutlich die Spannung in Deiner Wadenmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen lässt Du wieder ganz locker. Lass alle Anspannung und Energie aus Deiner Wade hinausfließen. Nimm den Unterschied zu vorher wahr und entspanne mit jedem Ausatmen immer noch tiefer. Lass alle Anspannung und Energie aus Deinem Oberschenkel in Deinen rechten Fuß. Kralle jetzt die Zehen vorsichtig ein, ohne zu verkrampfen. Spüre deutlich die Anspannung in Deinem Fuß. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder vollständig los und spüre wie alle Anspannung und Energie aus Deinem Fuß hinausfließt. Nimm den Unterschied zu vorher wahr und entspanne deinen Fuß mit jedem Ausatmen noch tiefer. Nun gehe mit deiner Aufmerksamkeit in dein linkes Bein. Lenke deine Achtsamkeit auf deinen Oberschenkel. Drücke jetzt die Kniekehle in die Unterlage, sodass du die Anspannung deiner Oberschenkelmuskulatur spüren kannst. Mit dem nächsten Ausatmen lässt du vollständig wieder los und entspannst deinen Oberschenkel. Lass alle Anspannung und Energie aus deinem Oberschenkel hinausfließen. Nimm den Unterschied zu vorher wahr und entspanne mit jedem Ausatmen immer tiefer. Lenke deine Achtsamkeit nun auf deinen linken Unterschenkel und deinen linken Fuß. Während deine Ferse am Boden bleibt, ziehst du jetzt deine Zehenspitzen etwas zu dir heran, ohne zu verkrampfen. Spüre deutlich die Spannung in deiner Wadenmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen lässt du wieder ganz locker. Lass alle Anspannung und Energie aus deiner Wadenmuskulatur hinausfließen. Nimm den Unterschied zu vorher wahr und entspanne mit jedem Ausatmen immer noch tiefer. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit in deinen linken Fuß. Kralle jetzt die Zehen vorsichtig ein, ohne zu verkrampfen. Spüre deutlich die Anspannung in deinem Fuß. Lass mit dem nächsten Ausatmen wieder vollständig los und spüre, wie alle Anspannung und Energie aus deinem Fuß hinausfließt. Nimm den Unterschied zu vorher wahr und entspanne deinen Fuß mit jedem Ausatmen noch tiefer. Genieße nun das angenehme Gefühl der Erinnerung. Entspannung in jedem Teil deines Körpers. Gehe in Gedanken deinen ganzen Körper von oben nach unten nochmal durch und entspanne mit jedem Ausatmen noch tiefer. Lass dich vollständig fallen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Dein ganzer Körper liegt nun vollkommen locker, entspannt und schwer auf der Unterlage und du sinkst mit jedem Ausatmen immer noch tiefer und tiefer in die Entspannung hinein. Musik Genieße diesen wunderbaren Zustand noch eine Weile. Spüre deinen ruhigen, gleichmäßigen Atem und lausche den sanften Klängen der Musik. Musik 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 Zähle nun mit mir von 4 auf 1. 3. Komm nun langsam zurück in dem Bewusstsein dich wunderbar körperlich und geistig entspannt zu haben. 3. 3. Stell Dir jetzt vor, wie neue Lebenskraft in Dich hineinströmt, in jede einzelne Zelle Deines Körpers. 2. Du hast das Gefühl, vor Energie zu strotzen und den Anforderungen des Tages nun wieder konzentriert, positiv, selbstbewusst und mit der nötigen Gelassenheit zu begegnen. 1. Recke und strecke Dich mit ein paar tiefen Atemzügen ganz energisch und öffne Deine Augen. 2. Dich mit ein paar tiefen Atemzügen